Hattest du nicht so Druck? Ja, also Funk, wisst ihr, das Funky ist dann nett und so, ist dann cool, braucht man erfolgreich, aber... Geht weiter. Traut sich natürlich nicht. Okay, also ein Lied, ein Feigenfunk, ein Schisser, und ihr müsst uns aber helfen, diesen Schisser so ein bisschen aufzupäppeln. Der Refrain geht nämlich so, eigentlich... Blügeleicht! Aber es ist gar nicht so einfach zu singen in meinem Alter! Ich hab so eine Stahlspange, die ich für die ist egal. Und dann seid ihr dran, und ich weiß, dass die Ladies von euch eigentlich den ganzen Abend nur eins sagen wollen, nämlich Bela, du geile Sau. Jetzt könnt ihr es endlich machen! Sagt es doch an! Und zwar sing ich, oder Rott und ich singen, Bela, du geile... Und die Männer, Sau! Mal sehen, es wird ziemlich kompliziert, ziemlich komplex. Also gestern war ich noch damit zufrieden, dass die Leute A machen, aber heute, ich dachte, Schwäbisch Gmünz. Die haben bestimmt alle an die Tour. Arsch-Beechen ist mein Business, denn Business ist gut, ja? Also, ich versuch das mal. Bela, du geile Sau! Bela, du geile Sau! Okay, noch, noch förderer ist vielleicht... Ich geh'n ruhig tanzen dabei! Ich kann das nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020